Der Spannungssteiler ist eine Reihenschaltung aus passiven elektrischen Zweipolen, durch die eine elektrische Spannung aufgeteilt wird. In Bezug auf magnetische Kreise wird der Begriff Spannungssteiler auch verwendet, um die Aufteilung der magnetischen Spannung entlang von magnetischen Widerständen zu beschreiben. Anwendung Die Anwendungsbeispiele überschneiden sich mit den Anwendungen von Potentiometern. Spannungssteiler werden verwendet zur Pegelanpassung. In Dämpfungsgliedern, zum Beispiel auch zur Lautstärkerregelung. Zur Spannungsmessung Vielfachmessgeräte besitzen einen umschaltbaren Spannungssteiler für die Messung in verschiedenen Bereichen. In Messspitzen für Oszilloskope Hier sind meist Spannungssteiler mit Teilerverhältnissen von 10 zu 1 oder 100 zu 1 zu finden. Diese Messspitzen besitzen zusätzlich zum Widerstandsspannungssteiler eine Frequenzkompensation, die die Leitungs- und Eingangskapazität bei Wechselspannungsmessungen ausgleicht. Die Kompensation ist oft 1-Tel bzw. abgleichbar. Sie stellt einen parallel liegenden kapazitiven Spannungssteiler dar. Zur Hochspannungsmessung Teilerverhältnisse von 1000 zu 1 oder größer. Eingangsspannungen bis etwa 40 kV sind gängig. Der obere Teilwiderstand beträgt ca. 1. GOM Oft ist der Eingangswiderstand des Messgerätes berücksichtigt. Hochspannungsmessspitzen gibt es unkompensiert für Gleichspannungsmessungen, aber auch Frequenzkompensiert für Wechselspannungsmessungen. Induktive und resistive Spannungssteiler werden zur Positions- und Winkelbestimmung sowie in Beschleunigungsaufnehmern verwendet. Die hierbei eingesetzten induktiven Spannungssteiler arbeiten ohne Kontakte mit einem verschiebbaren weichmagnetischen Kern wie ein doppeltes Variometer. Induktive Spannungssteiler liefern in der Messtechnik hochpräzise Spannungsverhältnisse, die fast ausschließlich vom Windungszahlenverhältnis des verwendeten Transformators abhängig sind. Induktive Spannungssteiler sind sowohl mit festen Spannungsverhältnissen als auch als einstellbare Dekaden im Einsatz. Zur Erstellung einer Brückenschaltung durch Kombinierung von Spannungsteilern. Eine spezielle Bauform mit fixen Widerständen und Stufenschalter zur Umschaltung stellt der Kelvin-Wali-Spannungssteiler dar. Er erlaubt die wiederholbare Einstellung der Teilerwerte des Spannungsverhältnisses.